herzlich willkommen zu einer weiteren runde von pioneers of agonia ja wir kommen so langsam aber sicher hier voran mit unserem neuen dorf wurde gerade ein kupfer vorkommen entdeckt das ist schön eisen würde mir persönlich würde ich schöner finden das ist eine mondschlucht wir haben wir haben die ersten werwölfe entdeckt so ganz nebenbei bemerkt direkt hier sind direkt hier einen moment mal eben ich würde die ganz gerne mal hier ganz kurz pausen pausen pausieren wo haben die ihren norik da ihr guckt euch bitte wenn ihr euch weiter um guckt bitte ich verstärkt in diesem gebiet um richtig großer eber der entschossenheit ja da sind wir noch ganz weit von entfernt das ist aber gar nicht gut das ist aber gar nicht gut ich habe ja auch in der letzten gegen ende der letzten folge dann so ein bisschen auch davon erzählt was so geplant ist von seiten der entwickler was wo mit der version 0.7 wohl alles so veröffentlicht werden soll die ihr sehr wahrscheinlich zu dem zeitpunkt wo dieses video hier rauskommt schon schon längst spielen könnt und ihr seid mir da natürlich dann da entsprechend voraus ja jetzt ergerissen macht das mal ich hoffe dass die sich jetzt dann auch tatsächlich mehr diese richtung jetzt hier bewegen und das doch nur oben mal sein lassen das ist natürlich jetzt heftig wir brauchen wir brauchen auch mit heroischen drauf oder irgendwas in dieser richtung das ist maria okay die lüfter nix wir haben hier irgendwo haben wir so ein bisschen ich brauche muss ich den hierhin und wegen ja bitte und so ist das maria und josef man sollte da natürlich ein ewig weiter weg wieder direkt 10.000 sachen auf einmal zusammen ich glaube ich das sind einfach mal da so hin habe ich zwei gebaut in auftrag gegeben ja 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 oh mein gott die begreifen uns auch noch an ja ich habe hier doch nichts dagegen zu setzen um die denn jetzt her einen moment ja wobei das kann eigentlich so bleiben das erste das wird lustig ich habe auch hier jetzt erst mal nur stein das eisen erst natürlich ist nicht da habe ich kalt um mein gott habe ich kalt stein so die sind immer noch die aktiviert dazu sollte natürlich jetzt nicht würde muss aber weißen doch ja irgendwie ran mit dem bp neugter kumini weit das ist natürlich jetzt ganz große herausforderung eine schöne herausforderung ja so dass ich mir noch weitere wege da irgendwie krieg die jetzt schon mit wehrwürfen habe ich reisen kohle ich glaube hier auch irgendwo existieren nein da ist ein bisschen stein wurde entdeckt ist schön dass die steine entdeckt habt wo schicke ich noch mal die entdecker hin wo habe ich da eben für neu gesetzt da ja ihr könnt gerne weiter entdeckungen machen bitte in diesem bereich vor allen dingen sind direkt zwei wir hatten letztens hat man glaube ich eine mond schlucht ich das in erinnerung habe ja der greift sich dann natürlich hier direkt hier schon einen entdecker der da bist du zu sehr sich davor gewagt hat das heißt jetzt haben wir auch noch jetzt haben die noch verstärkung und ich habe das nachsehen ich gar nicht hier irgendwie die kohle abzubauen weil das kann ja nur ins auge gehen wo gesetzt sich am schlechtesten die schmelzen brauchen ganz schnell eine schmelz hütte und auch pausieren die war eigentlich mit der straße verbunden was da passiert schneiderei achte habe ich auch mal wieder aus versehen doppelt gemacht so okay fast aus bitte mal ganz kurz pausieren so ja ich weiß noch nicht wo ich die melde zu hinsetzen soll oi 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 still ihr könnt euch mal ganz kurz vielleicht die idee ja gut ist ja alles nix also durch kohle wenn sie denn irgendwann mal abgebaut wird ja natürlich auch noch keine steckungszeiten bekommen logischerweise naja egal ich muss mich da wozu lange mal entscheiden sonst kommen wir nicht weiter schmählst du dann sind die das geht aber drehen drehen einfach mal so ja ich habe ja auch die möglichkeit hier irgendwann mal cool abzubauen die hoffnung dass das funktioniert schmelz silberbahn ich glaube ich habe überhaupt keins gesehen wer wolf greift bei sich kontakt an sein bis verwandelt seine opfer ja das können wir ja militär mission militär camp in der kaposten also nicht die da kann ich rekrutieren wachen veteran wach und entsprechende soldaten das auch nicht erst mal nicht man brauchen ja auf jeden fall aber aktuell steht mir da was anderes vor die abenteuer bilder die abenteuer bilder könnte man theoretisch hier hinsetzen ja ich weiß wie viele leute wir brauchen den draufgänger der geht gegen werwölfe und da brauche ich den silberdegen und ich habe kein silber alles was ich habe ist kohle und bisschen eisen und ich habe noch kein einzigstes witzelchen silber da ist silbererz und da haben wir banditen natürlich haben wir da banditen das heißt auch eine militär akademie das ist alles nicht so toll gebe ich zu ich muss halt die baugegebenheiten so nutzen wie sie sich da bieten ich brauche hier ganz schnell entsprechende soldaten wenn alle stricke reißen dann eben dann eben erst mal mit den soldaten die ich hier irgendwie hochziehen kann wir brauchen holzwerkstatt hier irgendwo hinkriegen will nur das bieter nicht zu sehr zu bauen weil gebraucht natürlich auch noch entsprechende felder so ein gegnerisches lager wurde entdeckt irgendwo hier das liebeslager die kinder schon die kinder auch eigentlich das sind die banditen die wir da entdeckt haben und die sind auch schon bei meiner einheit mehr anzugreifen das wird alles andere als einfach das wird alles andere als einfach und ich kann nicht versprechen ob ich das jetzt hier so im ersten anlauf alles ohne bekommen das könnte sich auch ganz anders entwickeln was ist jetzt eigentlich hier los warum tun die alles okay verstehe steinmetz kommt nicht nach mit den grenzsteinen gut immerhin der proviantmacher hat seinen seinen dienst aufgenommen das ist schon mal gut ist ja freulich ich mach mal folgendes es hilft nicht nichts 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 mal hier mal da so da habe ich da so eine Querverbindung ja ja ihr habt schon vor stein stein ein heißen dann nehme ich noch das kupfer mit kollegen setze ich dann hier hin was sollst da ist auch nicht so üppig ich nehme auch die kohle mit egal wir sind darauf angewiesen jetzt das immer hier so hin und moment ganz vorsichtig breit man da so hin die soll sich erst mal darum den kohle klumpen da kümmern ob das so funktioniert ob das so klappen wird keine ahnung das ist ja okay und wir brauchen ganz schnell und ganz dringend das ist alles klar da kann ich das jetzt hier so hinsetzen ich muss ganz dringend hier die nahrungsmittelversorgung aufrechterhalten und entsprechend ausbauen gemüsefarm getreidefarm da muss ich schauen wie ich das am günstigsten hinkriege da sind schon die ersten banditen die ärger machen meine leute attackieren dass ich die hier so hin die andere gegenüber reichte platz noch ein klick noch also gegnerische lage haben wir hier jede menge muss man speichern so irgendwas muss ich muss ich mich ja entschließen aber da nehme ich mir die zeit in der nächsten folge um das in aller ruhe mir noch mal anzuschauen sofern wir hier überhaupt irgendwas in aller ruhe machen können bei den netten lieben kolleginnen und kollegen von der gegnerischen seite die darum existieren ja das wird das das wird jetzt schon lustig naja das kann ja das kann ja halt gut ich danke für eure begleitung für euer dabei sein ich danke für deine begleitung für dein dabei sein schauen wir mal wie wir uns jetzt hier so schlagen werden in den noch zu überstehenden folgen bis dahin wünsche ich euch wie immer alles alles gute und genießt die zeit bis dahin wünsche ich euch 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 bis dahin wünsche ich euch